Wir waren im Vullendorf auf der Baumesse, wir waren auf der Oberschwabenschau und dann sind wir auch unweigerlich auf die Firma Haller gestoßen mit ihren Konzepten mit dieser Bio-Classic-Heizung. Das hat mich noch ganz besonders interessiert, weil das hat sich doch von den Mitbewerbern meines Erachtens nach deutlich abgehoben. Das System von der Bio-Classic, dass das eine konvexe Wölbung, wenn sie warm wird, erreicht und viel besseres Abstrahlverhalten hat. Und in dem Zuge top interessante Heizsysteme. Somit haben wir mal einen Kontakt mit Herrn Haller hergestellt und um mich vor Ort zu überzeugen, haben wir einen Termin bei ihm privat in seinem eigenen Haus vereinbart, wo so eine Heizung schon seit mehreren Jahren installiert ist und wo man sich mal einfach vor Ort überzeugen kann, wie sich das anfühlt.